Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge live in The Woods. Ja, heute haben wir auf jeden Fall was Großes, ziemlich langweiliges vor. Etwas Großes und Langweiliges. Ja, und zwar, das herausfinden, was wir brauchen und was nicht. Also was wir, halt, stopp, nicht was wir brauchen, sondern was wir angepflanzt haben und was nicht, so. Kanäle habe ich schon angepflanzt. So, wir haben schon mal Blaubeeren, die packen ich schon mal hier rein. Dann haben wir hier Himbeeren. Himbeeren? Dann habe ich hier, haben wir hier Kerzennussbeeren. Dann haben wir hier Zwiebelpflanzen. Die muss ich jetzt hier rausholen. Sind doch die, oder? Nein. War mal sieben. Neun. Doch, das sind die. Die packe ich dann hier rein. Mais. Was haben wir hier? Oh. Nein, Hilfe. So. Mais. Mais. Dann haben wir hier Bohnenpflanzen. Also leckere Bohnen. Oder? Wie sehen die aus? Bohnen. So. Hä? Was mache ich da? Hä? Hä? Ach. Idiot. Da sind die ganzen Bohnenpflanzen. So. Die packe ich jetzt hier auch hier rein. Oder zum Kopf kratzen. Dann. Warum habe ich denn hier auch Mais? Ja, ich habe hier auch Mais. Das packen wir natürlich hier rein. Habe ich denn hier noch was? Mh. Nein, Zwiebeln habe ich hier. Doch hier Zwiebeln. Hier haben wir Senf. Senfkörner. Wo war ich denn? Ja, gut. Wobei das hier eigentlich von hier oben erst schlauer wäre. Also wenn ich hier oben anfange. Egal. So. Diese Reihe haben wir hier fertig. Überprüft. Jetzt überprüfen wir hier unten. Rosenkohl. Das wäre jetzt natürlich blöd, dass ich Rosenkohl. Na, komm. Artischocken. Die Schocken, die Artischocken. Knoblauch. Knoblauch. Kiwi. So. Spargel. Spargel haben wir hier. Dann haben wir hier Lauch. Ey, du Lauch. Lauch. Äh, äh. Dann haben wir hier Scharlotten. Mann. Musste ich mal kurz machen. Ähm. Eibisch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Gemüse. Gemüse. Eibisch. Hä? Hä? So, hier oben haben wir jetzt überprüft. Jetzt kommen wir hier unten hin. Was? Ich hatte schon mal geknackt. Grüner Pfeffer. Teerblätter. Gewürze. Eibisch. Wie sieht denn das aus? Grüner Pfeffer. Ach. Die sind das. Da. Grüner Paprika. So. Übrigens, ne? Kann das sein? Muss ich den rausgerissen haben? Warum habe ich den rausgerissen? Äh. Wieso habe ich den rausgerissen? Oh. So. Scherli-Pfeffer. Habe ich angepflanzt? Gewürze. Gewürze war... Das ist Spinat. Teerblätter. Gewürze war... Hat die noch vor? Da. Gewürze. Curry-Leaf. Dann geht's jetzt weiter. Blumenkohl. Dann hier. Kohlpflanzen. Also Kohl. Hier. Salat. Brokkoli. Aber nicht mehr viel. Hier haben wir Ananas. Ananas. Sellerie. Winterkörbis. Oagine. Gurken. Zucchini. Zucchini. Dann Erbsen. Sojabohnen. Erbsen. Sojabohnen. Sojabohnen. So. Und jetzt nur noch hier unten. Brombeeren. Brombeeren. Hoppala. Brombeeren. Da sind sie. Brombeeren. Trauben Entschuldigung Erdbeeren Lecker Erdbeeren Tomaten Weizen Habe ich aber hier nicht mitgenommen Hier fehlt aber noch was Karotten Kartoffeln Baumwolle Habe ich nicht mitgenommen Das war's Fehlt aber noch ordentlich was Oh 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 Nein So So viel Platz habe ich nicht mal Also auf den Feldern meine ich jetzt Nicht hier jetzt Den Dings Alter das ist ja Unheimlich Oh ich denke mal das hier war es jetzt dann auch Mehr brauchen wir dann nicht Oh Jetzt habe ich da auszusehen Erde abgebaut Das hier ist ja Das ist einfach Wirklich 's Dann Die Wirklich In Sie Sie Untertitelung. BR 2018 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ploppeldiploppel Ploppeldiplom Die sehe ich jetzt kaum mehr Da ist noch einer Hier sind noch ein paar Ich sehe, den Baum muss kaum mehr. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles eingesammelt. So. Ui, jetzt haben wir aber richtig viel davon. Von dem Zeug. Vielleicht reicht das dann. Aber nur vielleicht. Eins, zwei, drei, vier. Dann wollen wir jetzt mal. Weitermachen. Hm, das liegt jetzt so schön. Der ist doch nicht drin, oder? Ja, nee, gut. So. So. Nächste Ebene. Nächste Ebene. Is an a so 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 draußen mäht jemand Rasen um 18 Uhr mal 18.30 Uhr ungefähr ja, läuft bei ihm das ist keine schlimme Zeit normalerweise macht man sowas nach mit Dives hm zumindest würde ich das machen hm hm hallo langsam geht uns das Zeug aus aber ich glaube das wird noch reichen ja das wird knapp nicht reichen aber aber egal da vorne müsste er jetzt dann genug fertig sein für den Rest hm hm ist ja nur noch eine Ebene ne? oder hab ich hier schon ich bin an meiner Meinung hab ich hier nicht schon was an mir sitzt? ne hab ich noch nicht ok hä? was war das denn? hä? so wir gehen noch mal runter ja oh eigentlich wollte ich hier umdrehen aber da hat meine Maus nicht mitgemacht zumindest das Spiel hat geruckelt es zieht aber dann äh ist träge will einfach nur schlafen ey oh ich denke mal das reicht naaa blubb 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 na alter oh da ging es jetzt ein bisschen zu schnell ey ach so deswegen ist davor dann was getroffen ich hab was ich hab einfach etwas gegen die Wand äh ja gegen die Wand geclasht statt ausfällig klassisch so wir fangen mal von unten an ähm 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 b war das zuerst möchte ich gerne Roggen einpflanzen und Gerste pf es ist das 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 Morgen. Gerste. Die Felder sind jetzt natürlich nicht sortiert, ne? Das macht ja nichts. So, als nächstes. Teeblätter. Mann, das ist immer falsch. Spinat. Wieso haben wir kein Spinat eingepflanzt? Was? Was? Hm. Steckrüben. Steckrüben würde ich gerne da hinten, nein, da oben anpflanzen. Preisebären gerne da. Ähm... Ups. Kaffeebohnen würde ich gerne hier anpflanzen. Ah. Jedes Mal drücke ich falsch. Ist doch... Blöd. So. Ja, komm. Alter. So. Hä? Preisebären gehen nicht? Geht ihr denn so... Was? Preisebären gehen nicht? Warum? Warum? Preisebärensamen. Äh, was? Äh... Guck mal kurz weg. Wir haben, glaube ich, zwei Preisebären. Genau. Ähm. So. Entschuldigung. Hä? Was? Was? Warum? Hä? Warum? Ähm. Sehr merkwürdig. Ich packe mal alles... hier so hin. Oh, gut. Wir gehen gar nicht hier. Okay. Dann leck mich am Arsch. Entschuldigung, aber... Das ist ja blöd. So, ich mach jetzt einfach Steckröben hier hin. Bambus. Bambus. Rübe. Die gehen nicht. Süßkartoffeln. So, ein Platz hab ich hier noch frei. Das hab ich mir gedacht. Ingwer. Das ist ja... Das ist ja... Wow. Das ist echt merkwürdig mit den Preisebären. Naja. So, da hab ich alles gepflanzt, ne? Das ist da alles voll. Ja, ist voll. Okay. Können wir auch für dir machen. So. Eigen kann man nicht, ne? Nein. Mach hier Rhabarber. Und hier Rote Beete. Oh mein Gott, der Platz könnte reichen. Wobei, wir haben nur noch sechs Felder frei. Nein. Ja, du hast das. Ja, du hast das. Ja, Hafer, Hafer muss ich eigentlich, äh, unbedingt einpflanzen machen. Ah ja, wir haben ja noch hier vier Felder, stimmt. Ich dachte gerade, wir haben nur noch zwei Felder. Hier mache ich dann Rettich hin. Der Rettich ist ganz rattig. Reis geht hier nicht. Hafer, Samen. So. Komm, dann kommt nur noch das hier. Okay. Ah. So. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch alles einsortieren wieder. Ich mache das ganz einfach. Ah ne, habe ich ja gar nicht. Blaubeeren. Himbeeren. Kerzenbären. Zwiebeln. Das habe ich alles immer... Mann. Mais. Bohnen. Oben. Mach die, boh. Senf. So, ich würde dann sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Tschüss.